Hallo und herzlich willkommen. Das ABB Engineering Team begrüßt euch zu einem weiteren Video. In dieser Episode möchten wir euch unsere ETS-App ABB Update Copy Convert vorstellen. Die App ist ein unerlässliches Werkzeug in jeder Anlage mit ABB eBus KNX Geräten. Wie der Name schon sagt, besitzt die App folgende Funktionen. Erstens Update des Applikationsprogrammes. Zweitens Konvertieren von Geräten innerhalb einer Produktreihe, zum Beispiel ein 8- und ein 16-fach Kombiaktor. Drittens die Kanäle eines Gerätes kopieren bzw. tauschen. Und viertens das Importieren und Exportieren einer Gerätekonfiguration. Die ETS-App ABB Update Copy Convert steht wie alle unsere ETS-Apps kostenlos im myKNX Shop zum Download bereit. Nachdem die App installiert und lizenziert wurde, ist sie oben in der Navigationsleiste unter Apps ABB zu finden. Beginnen wir mit dem Update. Exemplarisch habe ich hier einen SAS 416.62 mit der Applikationsversion 1.0, den ich nun auf die neue Version 1.1 updaten möchte. Dazu holen wir uns zusätzlich zu dem Gerät, welches wir updaten wollen, das gleiche Gerät mit neuer Applikationsversion in das Projekt. Die App vergleicht dann die Versionen der einzelnen Geräte und gibt es eine höhere Version, wird hier ein verfügbares Update angezeigt. Durch einen Klick auf die Update-Schaltfläche öffnet sich ein neues Fenster. Hier sehen wir nun das selektierte Gerät und unten in einem Dropdown wird die Applikationsversion ausgewählt, auf die das Gerät aktualisiert werden soll. Übrigens ist nicht nur ein Update, sondern auch ein Downgrade möglich. Gäbe es jetzt noch ältere Applikationsversionen für das Gerät im Projekt, wären diese hier ebenfalls auswählbar. Gibt es im Projekt mehrere Geräte mit der gleichen Applikation, besteht auch die Möglichkeit, alle Geräte auf einmal zu updaten. Wie man hier sehen kann, wurde der Schaltaktor erfolgreich auf die Applikationsversion 1.1 aktualisiert. Parametrierung und Gruppenadressen sind dabei erhalten geblieben. Kommen wir als nächstes zur Funktion Konvertieren. Ein möglicher Anwendungsfall für dieses Feature. Ich habe bereits ein Gerät in meinem Projekt, zum Beispiel einen 8-fach-Kombi-Aktor, und möchte dessen Konfiguration nun in ein anderes Gerät übertragen. Zum Beispiel, weil ich den 8-fach-Kombi-Aktor ersetzen möchte durch einen 16-fachen. Beim Konvertieren wähle ich, wie beim Update auch, immer das Gerät an, das ich verändern möchte, also das Zielgerät. Es öffnet sich wieder ein neues Fenster mit allen kompatiblen Quellgeräten. Hier selektiere ich das Gerät, dessen Konfiguration ich übernehmen möchte. Soll nur die Parametrierung ohne Gruppenadressen übernommen werden, kann ich hier den Haken bei Gruppenadressen kopieren entfernen. Unter Kanalzuweisung kann für jeden Kanal, als auch für die verschiedenen allgemeinen Parameterfenster festgelegt werden, ob sie übernommen werden sollen oder nicht. Jedes Parameterfenster, das im Zielgerät nicht überschrieben werden soll, muss dann hiermit unverändert selektiert werden. Die Kanäle können frei zugewiesen werden. Ist der Vorgang abgeschlossen, hat mein Zielgerät nun die gleiche Parametrierung und Gruppenadressen wie das Quellgerät. Ein Hinweis noch zum Konvertieren. Sind zwei Geräte zwar untereinander konvertierbar, aber haben nicht eins zu eins die gleichen Parameter, wie zum Beispiel ein Schaltaktor mit und ohne Energiefunktion, erhält man einen Report über die Parameter und Gruppenadressen, die nicht konvertiert worden sind. Dieser Report kann anschließend auch als HTML-Datei abgespeichert werden. Möchte man die Parametrierung von einzelnen Kanälen innerhalb eines Gerätes kopieren, gibt es dafür eine eigene Funktion. In der linken Spalte wählt man den Kanal aus, den man kopieren möchte, und in der rechten Spalte den Kanal bzw. die Kanäle, die die Konfiguration erhalten sollen. Bei gedrückter Steuerungstaste können mehrere Zielkanäle selektiert werden. Zusätzlich gibt es noch Schaltflächen für alle oder keine auswählen. Zum Schluss muss noch ausgewählt werden, ob die Gruppenadressen im Ziel behalten, kopiert oder gelöscht werden sollen. Genau das gleiche Fenster findet sich auch beim Kanäletauschen wieder. Nur eine Mehrfachauswahl gibt es hier nicht, da ja nur zwei Kanäle miteinander getauscht werden sollen. Das letzte Feature, das die App beinhaltet, ist das Exportieren und Importieren einer Gerätekonfiguration als XML-Datei. Hierzu wieder das gewünschte Gerät auswählen und auf Export klicken. Möchte man die Gruppenadressen mit exportieren, kann man dies hier anwählen. Danach den Speicherort auswählen und optional noch einen Namen für die Datei vergeben und abspeichern. Die Herangehensweise, um die Konfiguration in einem Gerät zu importieren, ist identisch. Gerät auswählen, Import klicken, die gewünschte Datei auswählen und wieder kann gewählt werden, ob die Gruppenadressen mit importiert werden sollen oder nicht. Wie man sieht, beinhaltet die ABB Update Copy Convert App viele nützliche Funktionen, um die Konfiguration von ABB Geräten zu verwalten. Fassen wir diese noch einmal kurz zusammen. Die Update Funktion, um die Version des Applikationsprogrammes zu ändern, ohne dabei die Konfiguration zu verlieren. Die Konvertieren Funktion, um die Parameter und Gruppenadressen von einem in ein anderes Gerät zu übertragen, auch wenn es sich um zwei unterschiedliche Geräte derselben Produktart handelt, zum Beispiel zwei Schaltaktoren mit verschiedener Kanalzahl oder Stromstärke. Die Kopieren und Tauschen Funktion, um die Konfiguration von Kanälen innerhalb eines Gerätes zu kopieren bzw. zu tauschen. Und zuletzt die Export- und Importfunktion, um Konfigurationen als XML-Dateien abzuspeichern. Weitere Anwendungsbeschreibungen und Anleitungen findet ihr auch auf unserer Engineering Guide Datenbank. Der Link dazu befindet sich in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Reinklicken, euch eine gute Zeit, vergesst das Liken und Abonnieren nicht und bis zum nächsten Mal.